So, jetzt geht es nochmal von Mad Dog Fireworks, die Thunder Rockets. Irgendwas aus Holland, glaube ich. Ist aber kein GBV, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube, die Marke heißt Mad. Cafarata-Fuhrwerk. Irgendwas aus Holland. Cafarata-Fuhrwerk. Kommt aber tief. Ach, Vogelschreckschieß. Ja, ja. Mit der 6 mm. Irgendwann hole ich mir auch mal so eine Kanone, wenn ich nicht mehr so viel Zeug habe. Aber jetzt hätte ich da gar keine Zeit für. Schauen wir erstmal einen rein. Klar, ich habe ein paar VS nebenbei. Oh, die gefallen mir. Die sind gut. Jetzt drei Stück auf Schlag. Oh, auch super Teile. Dankeo. Gut.